Eine Legende erzählt von einem bunt edler Krieger, bekannt als die Wächter von Gahul. Wann immer Unheil naht, sucht sie auf, denn sie haben geschworen, die Unschuldigen zu schützen und das Böse zu bezwingen. Soll ich aufhören? Was? Das ist meine Lieblingsstelle. Und was ist dann passiert? Dann habe ich zum letzten Hieb ausgeholt. Wächter sieben, bla 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 bla, gehen nach Hause, Ende. Die gibt es nicht, die gibt es. Stell dir vor, wir stehen auf einem Riesencliff mit den Wächtern und sind bereit für die Schlacht. Komm, wir fliegen um die Wette. Was geht hier vor? Wir müssen die Wächter finden. Sie sind unsere einzige Rettung. Wir sind jetzt eine Familie. Wir suchen sie gemeinsam. Wenn ihr so weit geflogen seid, wie ihr könnt, habt ihr den halben Weg hinter euch. Was hat er gesagt? Wir haben den halben Weg hinter uns. 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 Auch aus dir kann eines Tages ein großartiger Wächter werden. Und was hat er gesagt hat,